Ja, das müssen wir jetzt noch irgendwie gedreht kriegen. Mal gucken. Hm. Mal gucken. 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 Richtung. Nein. Ha, jetzt kannst du rüber, Junge. Entschuldige, das komische Ding. Aha. Langsam wird ein Bild raus. Jetzt kommt das schöne Wasser. Jetzt hängen wir hier natürlich vor, die Bilder ansehen müssen, aber egal. Ah, zufällig gleich richtig. Nee, super. Haben wir es jetzt echt schon geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Wieder eine Frucht. Ähm, wir haben es doch jetzt geschafft, oder? Okay, der hat gewaltige Depressionen. So. So. Wow. So. 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 Das sieht man schon als alten Mann. Die vierte Frucht geschafft. Super. Fehlt hier noch einer. Ah, da ist er doch. Ne, so leicht wird das wahrscheinlich nicht. conductor. Frau. Wollen. 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 Die vierte Fruchtfffunk. Wo ist die Glocke, die sich nicht und spielst. Das ist ja noch. Untertitelung. Ich hab dich nicht. Was ist das, was ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Das wäre jetzt auch zu leicht gewesen Ne Geht doch So, jetzt kannst du rein Okay Oh man, das kann dauern Wo ist der jetzt gelandet? Aha Geschafft Wo ist er denn jetzt? Ach da ist er Ja Mhm Kann man sich schon mal merken Okay Ja 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 Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Aha. Wir gingen da schon hin. So. 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 Ah, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, wie das gehen soll. Haha. Tja, gewusst wie. Oder auch nicht. Mist. Runter, okay. Aber warten. Okay, kriegen wir es schon hin. Okay, das bringt schon mal nichts. Ja, manchmal muss man viel rumprobieren. Na dann, weiter geht's mit deiner Reise, Kleiner. Und rein mit dir, danke. Nein. Auch nicht. Ja, das ist ein ganzer Schuss. Ich muss nicht überlegen, wie das geht. Ich muss nicht überlegen, wie die Auge, wie die Auge oder aufpassen. Das ist ein Jauneilchen. Ich muss nicht überlegen, wie die Auge. Ich muss nicht überlegen, wie das 반드 so weit ist. Ich muss nicht überlegen, wie das ein Lohn ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.